Ich bin jetzt gerade der glücklichste Mensch der Welt. In den letzten Tagen habe ich sehr oft Pizza gebacken. Es lief nicht immer alles gut, aber das hier war mein bestes Ergebnis. Pizzateig ist eigentlich sehr einfach. Er besteht aus drei Zutaten. Entscheidend ist die Technik. Man muss ihn sehr lange kneten, das heißt abwarten und Chai trinken. Nach dem Kneten sollte der Teig immer noch an der Hand kleben bleiben. Ich habe meinen Teig dann zwei Tage lang im Kühlschrank gehen lassen. Beim Ausrollen sollte man den Rand nicht kneten. Man knetet einfach von innen nach außen. Ich habe den Boden erst in einer Pfanne gebacken. Den Trick habe ich von keinem Stress kochen und er funktioniert wirklich gut. Ich habe die Pizza dann mit meiner Tomatensauce und Mozzarella Käse belegt und habe die Pizza dann in der höchsten Stufe auf einen Pizzastein im Ofen geschoben. Drei Minuten hatte ich das Ergebnis. Es ist wirklich die beste Pizza, die ich jemals selber gemacht habe.